Hallo YouTube, hier ist der Phoenix zusammen mit den White Canary Yo, yo, yo So nennen der Phasmophobia Yo, yo Farmhouse Profi Hey, geh mal weg Nee, willst du nicht? Ich war in Highschool Ab in die Highschool Weil wir sowas ja überhaupt nicht haben, aber hey, ist okay Ist okay 99 Optionale Ziele Ist nicht online, Alter Wer ist online? Keiner, die Dame, mit der ich hätte gerne mitspielen wollen Wer ich hätte gerne spielen wollen, ist nicht Sehr lustig gewesen, weil die sich halt auch hart einscheißt Harte Einscheißer Rietis Quatsch Er ist übersteh Ich bin schon wieder deine Zeit Nein Ach, es ist das Farmhouse Ja Wie der die Tür verpackt ist, das letzte Mal War lustig Ja Mal was anderes Gib uns ein Zeichen, Geist Ich will dir auch kein Zeichen geben, Alter Gib mir ein Zeichen Wo bist du? Das Farmhouse Ich bin sehr dumm, die Tür zu öffnen Eigentlich ist das immer deine Sache Gib uns ein Zeichen, Geist Ich sehe kein Zeichen, Geist Bist du oben? Nein, ein Zeichen, hier liegt ein Knochen Oder war gerade dabei Gib uns ein Zeichen, Geist Ich mach jetzt mal nichts, Alter Oh, Carsten Was ich letztes Mal gehört habe, dass wenn du dich hinter der Tür versteckst Wo bist du? Ja Ja, der sich dann trotzdem sieht Weil wo ich letztes Mal so hart gelacht habe und so Irgendwann hinter der Tür stand und der mich dann doch geholt hat Ja So, das ist schon ganz weit weglaufen Ja Gib mir ein Zeichen Da gibt mir gar kein Zeichen Fentin Er macht die Tür hier Das ist jetzt hier bei mir Ja, hä? Ist das meine Tür? Was? Ich habe jetzt gerade hier vorne mit der Tür gespielt, Alter Gib mir ein Zeichen Ich meine, er hätte gerade ganz kurz die Tür aufgemacht Weiß nicht, ich habe die Tür hinter dir zugeknallt, also Spaß Okay Hast du schon was? Nö Witz des Tages schon wieder Thermometer Hier, 10 Grad, das ist dein Raum, wo du gerade drin warst Ja Moin Abstellkamera oder was? Ich will was gucken Ey, guck mal hier, das zählt sogar, von dem Foto gemacht, von dem Von der Voodoo-Puppe Ja Hier im Raum oder im Bad Hier im Raum Keine Geräusche mehr Toll, das geht nicht mehr Toll, das ist sehr doof Guck nochmal gerne im Bad Er hat gesteppt Das könnte das Bad sein Ja, hier Sau hat gerade drin, Alter Gib mir ein Zeichen Bad, Bad oder der Raum Gib uns ein Zeichen, Geist Bad oder der Raum Ja, ich habe da jetzt eine Kamera geplaced Das war für den Raum Gar nicht vorhanden Schön, dir Interessant Guck mal, was geplaced ist Das siehst du alles im Raum Wie nichts Gehst einfach nochmal rein und checkst nochmal die anderen Einmal Ich bleib im Van Ja, ist klar Scheiß, mach mal Was produktives Ja, ich guck Ich bin auf 64% runter Echalisch Du bist auf 69% runter Ja, einer muss ja 69% Er ist hart am Sorgen Geist, du kannst ihn haben Nein, 69% Geh, wir nehmen ihn dir 69%, 69% Wo bist du, Geist Connection lost Wo bist du Fingerabdruck Wir haben Fingerabdruck an der Scheibe Wo bist du Er seppt hier in den Raum, Alter Oh doch Ich habe ihn jetzt erschrocken, Alter Was soll denn jetzt Er macht die Tür Fingerabdruck haben wir Yay Ich geh nochmal raus Du redest nochmal mit ihm Ach geht, nee Der Rede funktioniert ja nicht Also mach ich das Wo bist du, Geist Ei, doch Noch mehr Wo bist du, Geist Ja gut Hau den Fingerabdruck Zu handeln Er handelt Ja, warum wir gemeinsam nicht Wo bist du, Geist Wo bist du Oh Gott Soll es da raus Warum Warum Ich habe nur noch 50 Salinity Das könnte problematisch werden Oh, er handelt Ich habe es noch gesagt Ich habe es noch gesagt, Junge Oh nein, Alter Ich habe es noch gesagt Er fängt an zu handeln Geh raus und dann kommt das Wo bist du jetzt safe, Alter Oh, Lichtflackerei ist auf dem Start Immer noch Immer noch Doch nicht in seinem Raum, Alter Jetzt ist zu Ende Ich bin gerade neben mir gehörter Die Tür musst du nicht immer zu machen Ich bin vorhin irgendwie da den übelsten Umweg gelaufen Bist jetzt hingelaufen Ich bin erst mal zur Tür wieder gelaufen und dann hinter Hier Ganz hinter zum Stromkastenraum Wir haben halt nix Jetzt Haben wir nie Pillen dabei oder war das am vorgehenden Nein, haben keine dabei Am vorgehenden, ne? Wir haben nix Außer Fingerabdrücke Er zeigt sich Oh mein Gott, das ist er, Alter Ich habe keine Kamera Er hat sich genau neben mir manifestiert Ja, du hast schon mal geräuchert Ja Alter Er hat sich neben mir manifestiert Du bist noch fitter als ich, ne? Ja, ein bisschen Ich habe ihn angeguckt, also Hart gelutscht hat er nicht Also wir haben Fingerabdrücke Spirit, Gespenst, Polargeist, Benji, Revenant Aber klar, dass der Hunter, Alter, ich wusste Ja War mir auch bewusst Ich habe eigentlich nur zwei Minuten drauf geguckt Ja, ich höre fast Revenant? Keiner zu Ich meine auch für meine Video Du gehst Egal, ich streame immer Ich mache kein YouTube Für meine Quote machst du das jetzt Kommst du mit, Kollege? Ja, ich komme mit Sehr gut Aber weißt du, dass das eigentlich schlimmer ist, wenn ich mitkomme Für uns? Hatte der sowieso, ist scheißegal, Alter Was wollen wir jetzt herausfinden? Wir brauchen noch was Erstmal die Sicherung reinmachen Was ist überhaupt hier? Das war oben, Alter Oben Ach nee Wenn er jetzt handelt, haben wir eine Arschkarte Das ist halt nicht alle Türen auf dem haben Ist auch so ein Ding Das haben wir auch die eine zugemacht Ach nee, da im letzten Raum Oh Gott Wieso machen wir das? Für deine Zuschauer-Klicks Mach mal die Tüte so, ne? Falls er gleich anfängt zu handen Ich hab's gesagt Der war bei uns im Raum drin Nein Hast du ihn gehört? Wir haben keine Angst vor dir Er war mit uns im Raum drin Ich hab gerade das Lied angemacht Hab ich gesagt 40 Herzschlag, Alter Lass nur noch raus, Alter Lass nur noch raus Ich will nicht mehr Wir haben aber nichts Egal, Alter Das ist mir scheiße Das ist mir scheiße Vor allen Dingen Ich mach die Sicherung an Und der war Klopp mit uns im Raum drin Ja, ich hab's gehört Der war direkt neben mir am Steppen, Alter Was für ein Opfer Hat's nicht mehr hingekriegt Ja, für nix Ja Ja Ja, habt's verkackt, ne? Willst du da nochmal rein? Ich glaube, ich sag mal Diesmal ist das Spirit Oder? Ich sag erstmal, ob da Gefriertemperaturen oder so sind Geisterbox Geisterbuch Fingerabdrücke Ich sag mal Spirit Wow Kein Spirit Ich sag, das ist ein Revenant bestimmt Ach Gefunktioniert das Spiel aber nicht Nee Nee Warte spielen Aber was sollen wir machen? Alter, ey Was sollen wir machen? Weiter kämpfen, Alter War nur Revenant, ich hab's gewusst Ich hab nicht auf dich gehört, Alter Ist halt neben uns Ja Ach, der war richtig schlecht als Revenant Alter, ich hab zwischen den Haben ihn auch nochmal angemacht Dann hörte ich nur Herzkloppen Denk so, oh nein, er hat mich Er ist erstmal aus dem Raum rausgekommen Schade, dass wir Licht ausgehabt haben Ich hätt ihn gerne auf Kamera gehabt Ja Also du nimmst wieder Thermometer Und ich nimm Nimm mal Sanity Pill mit, Alter, oder? Nö Das ist alles Profi Ich weiß, dass ich das Profi habe Oh nee, kein Highschool, ey Ich habe nichts Haben wir als Anfänger Und Street House Support geschritten Ja, dann nimm mal ein paar Pill mit Sonst wird das ne Kackrunde für YouTube Ja, dann machen wir deine neue Aufnahmen, oder? Nö Oder würden wir das jetzt Ach, ach, einfach heute machen Ja, einfach weiter Weil das ist ja gar so gut lief Ne Doppelfolge Ein paar Kacken, zwei Leute Ja, aber, ja Unsere Quote war mal besser Ja Als wir hier angefangen haben Mit gewissen Items reinzugehen Wahrscheinlich mal 95% Jetzt nur noch so bei Das ist ja ein bisschen schwer Ja, ein bisschen Vor allen Dingen Wenn bloß einer, den das Thema Meter hat Ja Wenn der mal hochgeht Und meistens ist der Geist unten Ah, Junge, Alter Hast du dir eingestrudert? Äh, aber Meine Mädchenseite Dachte schon wieder Oh nein, oh nein Vor allen Dingen Wo wir dann da in den Raum saßen Wo er bei uns gespawnt Nein, ich glaube Er hat nicht so geil gefunden Dass die Sicherung noch angemacht hat Wo er uns gehandelt hat Das hat direkt bei uns Auch nicht so ganz Warum spawnte denn bei genau bei uns? Aber wenn er bei uns so ein Raum war Und du die ganze Zeit rumgeschrien hast Warum hat er uns dann nicht getötet? Nee, der ist ja schon dann wieder aus dem Raum rausgelaufen Ganz am Anfang Ja, aber wo ich dann plötzlich Licht angemacht habe Plötzlich, äh Herzschlag Echt? Ja, ich glaube einmal Ich habe das Licht angemacht Aber Herzschlag Dafür so, jetzt holt er mich Das ist in Megaschatt zu dir gerannt Achso Ich habe ihn nicht gesehen Da im Raum Vielleicht hat er ja hinter mir Ja, dieser Barrikade Alter, dieser Wand Wir sind so bekloppt Wir gehen zu zweit in der Schule, Alter Ja, na du als was Ich habe doch den fortgeschrittenen Job genommen, immer du Sag, wir machen doch schon Achso Was, was wir hatten Fortgeschrittene Jobs In dem Spruch der Schule jetzt extra Ja Wir sind ja noch fortgeschritten, ja Ja, wir haben immer fortgeschritten Dann haben wir die lustigsten Runden einkriff Ja, toll Ja, besser als Fortgeschritten kommen wir nie zum Endbus Also finden wir nie raus, wer es war Doch, gestern Im Stream Die Schule, Alter Ja Auf ins Verderben, Alter Vor allem mit einem Thermometer Ja, GG, Alter Ja, wenn da laufen wir zusammen rum Vielleicht finde ich kleinen Orb Na, guck mal Er hat halt lustig Guck mit dir, ne Ich dachte, du gehst schon mal rein Na klar, ich muss wieder als erstes rein Ja, was ist das Thermometer? Ich hoffe, es wird der im Alter Ich hab das schon Heiß cool, Alter Wie viel noch ein bisschen an, kann das sein? Warum? Weiß ich nicht Nein, du stellst dich nie ein Nein Wir schreien jetzt die ganze Zeit, dass uns ein Zeichen geben soll Wir laufen zusammen rum Ich hab nicht mehr Taschenlampe Deren Namen Okay, mach ich Nein, machst du es nicht Gib mir ein Zeichen Gib mir ein Zeichen Gib mir kein Zeichen, Alter Gib mir ein Zeichen Thomas, Thomas Oh, zweier Ausschlag Wow Was, EMF Nein Nein Hier im Truck Ich weiß nicht, wie der Flurgeist ist, Alter, ja toll Naja, hätte ich schon gesehen, wenn er im Flur wäre Bist du noch nach rechts genommen? Rechts, ja Komm ich immer mit Da kommt ja nämlich erst wieder Ich hab ein Telefon gehört, aber Gib uns ein Zeichen, Geist Thomas, Thomas Gib uns ein Zeichen So ein Lappen, Alter Thomas Thomas Kommt mal, sagt Nein Gib uns ein Zeichen Wahrscheinlich sind wir ganz links oben oder so Im letzten Raum Kann alles sein Auf die Rechnerräume mal reingucken Hier ist der Grat Bist du hier? Ja, er hat gesteppt Er hat irgendwas gemacht Hat dann die Tür Aktion, guck mal an 5, 5 Ja Thomas, du bist so easy Er ist okay Er ist aktiv, Alter Wo bist du? Er will irgendwie mit reden Was willst du? Was willst du? Gib mir ein Zeichen, Thomas Ich würde es aber sehr gerne mit ihm Wo bist du? Oh Gott Was? Ich bin raus, Thomas Das ist aber schon im Raum, Alter Ja Das ging aber jetzt fix Ja Doch nur Ich bin nach dem Zufall Im Prinzip halt reingelaufen Eine Tür habe ich aufgemacht Eine nicht, eine auf Ja, na Einen 5er Ausflug haben wir auch schon mal Solange du keinen Ausflug hast Ist ja alles gut Ne, den witzig haben wir schon im letzten Video gebracht Ist mir egal Old but gold Dann für Quests Salz Bewegungssensors Ausflug Aber irgendwie nicht so rätselig Irgendwie wollen die heute gar nicht reden mit uns Hab ich das Gefühl Seitdem du nur neues Headset hast Ja, die sind schüchtern War er am saugen, war er nicht? Öh Da haben wir auch recht viel Equipment dabei Also jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr an den Bett reingehen Außerdem die Kamera zu checken Wegen Sanity Pillen Ja, ist ja noch fit Noch Fit wie ein Turnschuh Verstehst du? Wegen Schule Alter, die hat dieser Die ist so laut, Alter Ja, jetzt schimmert dein Bass Gib mir ein Zeichen Hast du die Tür zugemacht? Ja Was willst du? Was willst du? Was willst du? Will bei dir nicht, ne? Will gar nichts Will bei dir nicht, ne? Na jetzt Headset und schon geht alles nicht mehr Ja, Headset ist kaputt Oh mein Gott, der macht mir das Licht hier aus, Alter Moment Du hast ne kleine Flacke Action gemacht Egal Gib uns ein Zeichen Warum hat man hier ein Fenster drin, Alter? Er hat ein Buch geschrieben Er hat ein Buch geschrieben Oh Junge, Alter Reiß dich zusammen mit deinem Telefon, Alter Wo bist du? Oh Revenant Olig or Shade, Alter Thomas, Thomas Gib uns ein Zeichen Wo bist du? Wo bist du? ein uni in der brücke wer ist ein revenant er ist auch wer ist ein shade machen wir nicht raus ja danke ich gehe schon mal vorne gefehltemperaturen kann es nicht mehr sein ja mach euch die tür wieder auf danke macht noch eine tür auf ein feiner keine tür die zu ist so wie vorgehende folge ich mache das so halb zu und leben am limit alter leben am limit ja ich dachte schon wir irgendwie komplett in der schule um einfach drei türen aufgemacht tätigt beim vorbeigehen er ist richtig aktiv auf macht sogar 54 60 erstmal die kamera suchen eine bewegung für uns ein salz nur wie sie sehen sehen sie alle aller was dann schädigung reitaktion zu fix auch nicht nur noch mal rein da müssen wir noch mal rein wir haben auch nichts mehr die kamera um platzieren nochmal um einen anderen Winkel wir haben auch wieder nur eine Kamera mit dem ist cool vor allen Dingen auch ohne Stativ dachte ich mir gerade auch so die Box höre ich bis hier auf ja wenn wir mit ihm reden wenn wir dann nicht ob er alleine reden will aber ich habe ja vor uns eigentlich mit ihm ein bisschen Talks gemacht ja ein bisschen so gefühl dass er jetzt irgendwie seit heute nicht mehr reden will heute ist er sehr passiv sonst hat er immer mit dir geredet ja wir haben uns so langsam angefreundet die Geistr gib uns ein Zeichen Thomas wird denn hier noch ein Fingerabdruck sein in den Raum bis auf die Tür Fenster ja welches Fenster bitte das kleine ja wo keine Scheibe drin ist kriege ich das auf dem Feuerlöcher gesetzt vor der Tür ja mit Fingerabdrücken komm ich will das jetzt hinkriegen boi bloß guck dir nie in die richtige Richtung mit ein bisschen Skills kriege ich das hin boah sowieso kein EMF ja hallo die Kamera auf dem Tisch mach mal ein Foto mach ein Foto ja ja ist ja ok wird mir durchgelaufen Foto gemacht vom Geist ok ja ist ja auch ok was was wirst du da habe ich mich voll eingeschissen dafür wenn wir keine Fotos mehr machen wir haben eh Max aber ich dachte alter gib uns ein Zeichen Geist Thomas Thomas wo bist du wo bist du jetzt will auch niemand mit mir reden wo bist du jetzt wo bist du wo bist du links wo und jetzt man läuft diesen langen Gang lang ja und hofft nur da rein zu kommen und dann kurz bevor er rauskommt ja da schlägt die Tür zu und man hört ihn hässchen er sagt Kevin ich komm dich holen dich und deine Familie was was nimmst du eigentlich für Drogen alter Machen wir mal weniger ne mir gehts ganz gut märks er will an dein dich aussaugen er will sich an deinen Kinder lahmen hat mich direkt durchgelaufen alter Ja, zweimal hintereinander erschienen. Ich glaube, er will einfach nur reden. Ja. Vielleicht hat er keinen Bock mehr auf Unterricht. Kann sein. Ähm, warum hab ich meine Sanity so niedrig, gegenüber zu dir? Weil du ihn angeguckt hast? Ja. Ja. Also das ist jemand, der am ziehen ist. Wer flutscht denn? Eigentlich ist das alles so gefrierte Matur mäßig. Ein Shade, Alter. Warte, wir haben so viel Interaktion-Philografie da. Ach, Junge. Wir haben viermal Interaktion und einen Geist-Philografie. Revenant Shade. Oh, nie. Was macht... Der war doch relativ aktiv, oder? So. Wir hatten mehr für Level 5, aber nicht. Nur vier. Kann es vielleicht eine Oni sein? Ja, es kann schon Ebene 5 sein. Echt? Nur hier hohe Aktivitätsrate sind Onis vielleicht zu erkennen. Oh. Und der ist relativ aktiv gewesen. Ja, dann können wir sagen Oni und dann beenden wir die Folge, sonst wird alles zu lang. Auf einmal, oh, okay. Ja. Wir haben ihn gesehen, wir haben kaum noch Fotos frei. Ja, aber ich kann keine Kamera mehr. Ist einfach leer. Ja, wir müssen mit mehr Kameras reingehen. Ich habe kein Bock, dass wir die Kamera fünfmal umplacen. Ja. Es ist eine Oni. Ich habe richtig geraten. Oh, nice, ey. Geil. Ich bin gut. 195 aufs Konto. Oha. Wie viel habe ich noch? 11.000. Was? 11.000. Gut, das war's dann mit der Folge. Bis zur nächsten Folge, ihr Würmer. cules. Pas zu twins. Os. Otsunni. Wo ist das? ��ト uns? symbol. Was?